Du musst positiv sein, positiv sehen, positiv denken. Die Kraft deiner Familie werden wir dir schenken. Sie lässt dich leben. Du darfst nur niemals, niemals aufgeben. Du hast eine Frau, die zum ersten Mal unendlich liebt, die so wahnsinnig froh ist, froh ist, dass es dich gibt. Und schau, was ist mit Kai damals geschehen. Er war fit und dann plötzlich konnte er nicht mehr gehen. Ihr habt positiv geredet, habt an ihn geglaubt, habt positiv gedacht und damit ein Wunder vollbracht. Die Rallye-Gollegen wollen mit dir zusammen Gas geben. Es folgen bestimmt noch hunderte der tollen Fäden. Und im Sommer musst du Fynn Luca unterstützen. Oder soll er alleine mit Weibern in Mosel zusammensitzen? Und irgendwann kommt er schon, Danny, dein Sohn. Du wirst sehen, das Leben nimmt seinen Lauf. Das Leben nimmt seinen Lauf. Du musst nur an was glauben, dann gibst du auch niemals auf. Denk an die schönen Dinge im Leben, die wir noch anstreben. Die vielen Fäden und Garten. Und du bist nicht deiner Frau, wenn sie muss warten, wenn du launend bist. Wenn wir uns verlachen und die Hosen machen. Wir sind eine Familie. Wir halten zusammen und geben uns Kraft, so dass jeder irgendwelche Tiefs im Leben auch schafft. Da kommt zur Himmelung, dann gibst du das Spiel. Um, jetzt gibt es, ich've gott аuseum nicht. Das ein bisschen weiniger Womment leopard. Ihristä grappling wird sein, conform zu Inspect verstehen. Und ihr seid, wenn du sie aufstehen, τε kysti 잠깐만 eher umhe boysen, Und du bist, warum ruge ich mich requirements?